Willkommen zu meinem neuen Video mit den Ballraketen von Herrlad Feuerwerk. Die Raketen haben eine NEM von 68 Gramm pro Stück, sind in F2 zugelassen und in Deutschland nur für Scheininhaber. Alles ist aufgebaut und ich bin bereit zum Test. Ich wünsche viel Spaß bei der Zündung der Ballraketen von Herrlad Feuerwerk. Auf geht's! Auf der anderen Seite gibt's sogar Zuschauer. Ballrakete die zweite. Ein kräftiges, aber kurzes Grün. Es geht weiter. Nochmal Grün, das heißt wohl die sind dreifach sortiert. Im Hintergrund haben immer noch alle Spaß. Das war die gleiche wie die erste, dann dürfte die letzte wieder rot sein. Und alle freuen sich, ich hoffe ihr euch auch. Und dann geht's euch. Untertitelung. BR 2018